Hallo Leute! Herzlich Willkommen! Auf Wiedersehen, hier ist Thunder Gaming und heute spielen wir mal mit Rau Teufel. Minecraft, wie ihr hier sehen könnt. Und wir sagen, wir legen auch direkt los. So, jetzt können die dich auch hören. Ja. Hab grad mal ne Anmoderation gemacht. Ja, das geht. So. Ich hab hier so den Spawn gemacht, dass wir nicht direkt von Zombies sterben. Jo. Also ich muss kurz mein Minecraft im Vollbild machen. So. Dann fahren wir mal erstmal Holz, ne? Mhm. Dann fahren wir mal erstmal Holz. Ja. Oh, krass aufgebaut. So. Ein Anmoderation ist eigentlich immer genau dasselbe. Ja, ich hab schon ne Werkbank. Nice. Ja, ich sammle erstmal hier kurz so ein bisschen Holz. Ich hab einfach nur aufmahnen. Zweiten Bücher. Mit meiner Aufnahme am Laufen. Ja, hab ich auch gemacht. Äh, was wollte ich denn jetzt? Achso, du hast ja ne Werkbank, ne? Ich hatte mal, ich hatte mal so zwei Stunden Aufnahme. Okay. Ich hatte noch so ne Einstellung, dass ich mich stoppelt höre. Aber eigentlich dachte ich, dass nur ich mich stoppelt höre. Okay. Und dann... Und dann... Ja... Ja... Ist... Ist... Blöd. Genau. Mhm. Warte, sag mal kurz was. Ja. Ah, hallo, hallo. Ah, ne, ja. Okay, man hört dich nicht doppelt. So, Leute. Hatte gerade auch kurz den Gedanken, dass man dich doppelt hört im Video. Ja, ich hab's dann auch wieder ausgestellt, es hat mich ein bisschen abgefuckt. Ja. So, dann wieder. Hat man die Werkbank wieder abgebaut. Ja, sehr gut. Warte, ich kann ja jetzt schon mal direkt hier Steine fahren. Hä? Oh, die Steinzeit hab ich... Alter. Was ist bei mir los? Was hast du? Hilfe! Ah! Ah, jetzt. Haha. Hat's bei dir grad geleckt, oder wie? Ja. Ah, okay. Warte, im Werkbank... Oh, meine Verbindung. Ganz schlecht, Alter. Okay. Bisschen kletzerniges. Ich hab grad erst den Schaden bekommen. Ah, das ist nicht so geil. Das ist auch den Erfolg. Erstmal hier alle Steinsachen machen. Wir können ja direkt eigentlich Eisen bauen. Das sind so eine Höhle bauen. Ja, sollen wir... Erstmal so eine Höhle bauen. Wir können ja auch eine Höhle suchen. Das brauche ich nicht mehr. 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 Okay. Ja. Wir haben ja schon mal Kohle. Und Level. Bei dir müsste auch irgendwo Kohle sein, hab ich gesehen. So. So. Es wird... Es wird... Es wird Nacht oder... Ja, es wird Nacht. Oh, welchen Spielen oder sagen wir das denn? Also Hardcore ist nicht. So. Wartet mal. Ich muss mal kurz hier was einstellen. Äh... Da. So. Ah, jetzt geht's. Machst du Internet-Problems? So. Ich frag mal ganz kurz hier. Ach, hier oben ist ja auch noch Kohle. Jo. Also Leute, dann haben wir einfach hier eine Kohle. Ich hab einfach verstanden. Ich könnte aus dieser Aufnahme wahrscheinlich sogar zwei Folgen draus machen, einfach. Wenn wir lange... Wenn wir lange aufnehmen, dann ja. Ja. Ich muss ja gleich nach Fuß schicken. Vielleicht die Leute nicht wissen, wie viel Uhr es wir haben. Ja, das ist gut. Das ist okay. Galt an. Ja, du hast okay gefühlt. Sani. Ja, das galt an Sani. Ich hab den gefragt, welcher Spielmodus ist, weil wenn es auf hart ist, also auf schwer, dann ist er auf direkt gefühlt 24-7 Nacht. Achso. Ich hab das nicht an. Ja, normalerweise ist ja immer 20 Minuten noch. Ja. Wir müssten irgendwie... Oh. Ne, das ist Kupfer. Ich dachte, das wäre Eisen. Wäre auch so geil gewesen. Aber Minecraft ohne Shader sieht so kacke aus. Ja, ich hab komplementary Shader. Ja, da könnten wir uns ja schon mal... Stimmt, glaube ich aber auch trotzdem ein bisschen Kupfer mit. Ein bisschen. Ja, ich nehm' die Gefühle nie Kupfer mit. Ich hab' es jetzt da gelassen. Ja, ich nehm' ein bisschen so mit random. So. Einfach damit. Zitat als Kupfer. Ich hab' es. Nice. Oh ja, und hier ist auch der Kuhle. Boah, Junge ist das dunkel. Wir müssen auf jeden Fall... Warte, ich mach' mal kurz Fackeln. Ja. So, Fackeln. Ich kann halt einfach ne Krackel in meine Hand nehmen. Ja, ich leider nicht. Aber ich verhunger gleich. Wobei ich hab... Ja, okay, ich verhungern tue ich jetzt nicht. Ich mach' wieder ein bisschen Kohle. Ja, Kohle ist immer gut. Ich muss Level 1. He, ich bin schon Level 2. Boah, ich hab' die... Oh. Ich wollt' grad' sagen, ich hab' dich fast gehauen. Auf einmal hau' ich dich. Ich hör' irgend... Ah, hier. Schicken. Naja. Wollen wir das braten? Naja, können wir. Ich hab' ja einen Ofen gemacht. Dann müssen wir aber auch ein bisschen mehr Sachen suchen. Da hinten ist ein Skelett. Na, Essen, komm' bitte her. Danke. So. Die Holz macht... Holz-Axt macht mehr Angriffsschaden als Dings. Als eine Steinspitzhäcke. Wie viel hat denn Holz? Äh, sieben. Der Stein hat drei. Also, Stein. Angriffsschaden hat meine Axtbeine... hat neun. Ja, Stein 18. Oh, Scheiße. Na ja, was steht da jetzt mal? Ich hab' anderthalb Herzen. Ne, ich hab' auch sehr wenig. Lassen schicken. Perfekt. Äh. Hast du's eingesammelt? Ja. Ich find' nichts als ein Zombie. Da ist noch ein Skelett. Ja. Wir müssen uns erst mal Essen suchen, ey. Ich hab' anderthalb Herzen. Scheiße. Hast du, hast du Essen bekommen? Ich hab' ein Essen. Boah, ich bin fast gestorben. Ich muss's aber jetzt fressen. Ruhe an sich. Scheiße. Kannst du den Ofen ganz kurz plasen? Äh, ja. Pack' auch Ruhe. Cooler rein. Dann rate ich mir, ganz kurz auch ein Essen, weil ich hab' anderthalb Herzen. Ist nicht so geil. Wir haben voll die Essensprobleme, ey. Warte. Ja. Ist hier irgendwo Samen, Samen. Ich such' mal Samen. Geil, das... Sollen wir hier erstmal ein Lager aufbauen, oder wollen wir uns einen Berg bauen? Ist das egal. Wir müssen ja eh öfters... Ich nehm' mal... Äh, wieder raus. So. Ich lass' mal zwei Kohle da drin. Äh, ja. Warte, ich nehm' den Ofen wieder mit, am besten. Ja, aber lass' doch sonst hier in der Höhle. Ja, okay. Ja, dann gehen wir da rein. Ich nehm' den Ofen mit. Okay. Warte. Warte, wo... Wie sollen wir das dann hier bauen? Also hier... Ist das jetzt hier so? Am besten, äh, hier so einmal drumherum, ne? Warte, ich place' mal den Ofen und die Werkbank. Und pack' da Kohle rein. Ey. Ist auch schon wieder Kohle. Wir könnten eigentlich sogar hier einen Baum reinmachen. Hä? Ja. Wir können auch einfach davor direkt Bäume bauen und alles. Na, für Holz. Ja, könnten wir auch. Gibt' wir auch was. Ja. Ja, ich produziere ja... Ich benutze jetzt meine Holzachse. Ach so. Vielleicht ist heute schon, dass ich ziemlich viel schneiden muss, ey. Und? Sehr viele Videos. Wer dir schneid's? Nein. Videos schneiden. Ach so. Also hast du mir gerade gedacht, der schneide oder wie? Mhm. Genau, es schneid. Ganz bestimmt. Es schneid, definitiv. Boah, ich hab' weißt du wie viele Herzen? Ich hab' 1, 2, 3, 4, 1,5. Ich hab' anderthalb. Ah. Äh. Akazienhäu... Ach, ich hab' sogar noch Holz. Samen. Warte, ich mach' mir mal kurz eine Dingsbums. Eine Hacke. Leute, wir kriegen das Weißen jetzt hier. So ne Hacke. Bam. Ach, Kappe. Oha. 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 Ja, geil. Äh, äh. Brauchen die kein Wasser? Ne, ich mach' das auch immer ohne. Haha. Okay. Also ich glaube, ich glaube, dass ich... Glaub' tatsächlich, mit was haben wir das? Äh, dauert das nicht so lange. Was hab' ich? Hast du noch ne Fackel? Äh. Ja. Ich hab' ja auch so ne Pro gebaut. Ich hab' dir zwei gegeben. Jo, danke. So, dann guck' ich mal. Ich hab' zwar nur ne Holzachs. Ja, aber wir können ja auch hier unten... Können wir so ne kleine Untergrundfarm bauen. Weil hier unten ist ja Wasser. Stimmt, ja, dann warte, dann platziert das ja auch hier hin. Können wir ja auch direkt Zuckerrohr eigentlich hinmachen. Oh, hier ist Kies. Beste, wir machen einfach so ein bisschen mehr Platz hier drin, weil... Du stößt dir ja sonst den Kopf. Ja. Ähm... Unsere Armen. Tatsächlich... Da zieh' ich die mal hier unten hin. Mach' mal hier ne Backe hin, damit... Damit die Leute das hier sehen. Ja, easy. Hm, was wollte ich denn jetzt? Warte, ich mach' mir mal kurz ne Schaufel, dann kann ich hier alles weggraben, ey. Ja, das ist schon ein bisschen dritter. Ähm... Ja, hier haben wir vier Brot, dann. Ist sonst schon recht. Oh. Ja, aber was mach' ich mir dann? Sack. Oh. Äh... Ah, das ist jetzt schon wieder Tag. Tatsächlich. Oh, die Aufnahme geht sogar schon zwölf Minuten. Meine 13. Oh, dann hab' ich ne Minute später. Ja, ich mach' halt, äh, meine Videos meistens immer so bis 15. Bis 15 Minuten. Ja, und dann, ähm, beende ich die Aufnahme. Okay, das ist clean, dann mach' ich das auch. Ja. Weil ich muss ein... Also mein Vater hat direkt gerufen und ich frühstöcke nicht. Hm. Ähm... Ich dachte, ich hab' mal wieder ganz kurz. Weil da können wir... Wir können ja, äh, jeden Tag immer das Video aufnehmen. Ja, wir können auch sonst gleich nochmal ein Video aufnehmen. Ja, sonst ist das der zweite Teil. Wenn's passt. Weil ich mach' eigentlich nie Videos, die länger als 20 Minuten gehen. Also das ist wirklich sehr selten. Die Leute müssen sich mal bei The Sword bewerben, ey. Ja. Also Leute, bewerbt euch bei The Sword. Genau. Ich mach' den Link... In die Kommentare. Ja, einfach Discord. Ich hab' glaub' ich den Discord selber sogar verlinkt. Ich kann das in die Beschreibung sogar tun, ne? Ja, hab' ich auch immer gemacht. Also meiner ist zumindest da drin. Ich weiß nicht, ob jetzt... Ich glaub' ich hab' aber auch von... Äh, Snoopy den gemacht. So. Keine Ahnung. Könnt's sein, dass ich aber gleich eine andere Aufnahme mache. Wenn ich den nicht antworte. Wenn ich den nicht antworte. Ja. Ja. Rechte... Halbe Stunde oder sowas. Wenn wir sonst noch mal aufnehmen. Ja. Muss ich gucken. Kommt drauf an, wie ich jetzt die Videos mache. Weil ich mach' eigentlich immer Videos direkt hintereinander. Ja. Ich schreib' dir dann einfach... Ja. Ich schreib' dir dann einfach... Wenn ich den nur Weizen kann oder andere. Und das mit Schicken. So. Naja, auf... Also unsere Dings müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen besser machen. Hier. Ich hab' ganz viel... Ich hab' das Schicken in der Luft gehettet. Das ist ne Spider-Man. Leute. Das war's erstmal. Ah! Scheiße. Bruder war das knapp. Warte, komm' einfach. Warte, wir spawnen da... Ah ne, wir spawnen ja immer noch am Anfang, ne? Ne, also eigentlich spawnen wir da, wo wir... ...zuletzt waren. Ja. Okay, ja, dann bleib' ich hier. Ähm, müssten wir ja hier bleiben. Ah. Ja, natürlich. Perfekt. Genau am Ende. Ja, Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch... Ey, du wärst jetzt schon aus dem Projekt wieder raus gewesen. Ne, also ich hasse das jetzt. Das geht gar nicht. Mit ner Kacke. Ich war grad Level 2. Hör mal vor, du bist jetzt grad so in das Wort, auf einmal... ...stirbst du. Ja. Perfekt, jetzt ist meine Pickaxe kaputt dann. Egal, Leute. So. Da kannst du ja auch noch weiter auf uns überstehen. Das macht ja auch... Ja, ich weiß nicht. Ich find jetzt nur halt unsere Höhle nicht. Ja. Aber das ist ja kein Problem. Naja, keine Ahnung. Jo. Ich mach dann erstmal raus, ne? Ciao. Jo, ciao. Warum? Ich schreib dir dann gleich. Ja, schreib mal einfach. Könnte sein, dass es heute auch nicht klappt, aber ich denk schon. Ja, okay. Wir haben ja jetzt zwei Wochen frei. Okay. Ja, genau. Jo. Okay. Bis gleich oder bis später? Äh, bis später. Ja. Ciao. Genau. Ja, Leute. Das war's auch von mir. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Ähm, schaut auch gerne auf meinem Discord-Server vorbei. Und bewerbt euch gerne mal bei, ähm, Snoopys, äh, Discord-Server, denn es beginnt bald ein neues Projekt, wo auch ich und er dabei sein werden. Aber ich bin nicht in seinem Team, sondern ich bin in einem, äh, von jemand anderes im Team. Ähm, schaut einfach mal auf seinem Discord-Server vorbei. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr euch mal dort bewerben könnt, sitzt oder würdet, denn das Projekt beginnt leider immer noch nicht. Und von daher würde ich sagen, das war's Leute mit dem Video. Haut rein. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020